hallo meine lieben hier habe ich eine knapp 100 quadratmeter wohnung drei zimmer mit zwei bädern und pool habt ihr gerade gesehen war letztes jahr war aus ich hoffe dass dieses jahr funktioniert wegen corona und wir haben im zweiten stockwerk die wohnung und wir haben auch einen behinderten aufgang auf der rechten seite für rollstuhlfahrer aber ziemlich steil und hier die aussicht vom balkon und hier die wohnung wird möbliert verkauft für 55.000 euro und ja das ja die wohnung hat zwei bäder spülmaschine fehlt noch hier die aussicht wir sind etwa 15 minuten zu fuß zum strand im stadtteil machmuttlar die möbel sind teilweise neu hier ist eines von zwei bädern das gebäude ist über zehn jahre alt hier eines der schlafzimmer und jeder gangbereich hier geht es zur wohnung und hier das andere bad nebenkosten sind hier 250 türkische lieder im monat und hier haben wir das ordentliche treppenhaus ansonsten das haus ist ordentlich gepflegt und es wird auch schön gewartet also hier funktioniert noch alles und jeder zugangsbereich wer lust hat kann sich gerne von uns vor ort zeigen lassen wie immer bei meinen objekten bei fast allen objekten kann man vor ort mit dem haus bis zu über preis reden so viel von mir bis zum nächsten video so